Komm, wir gucken uns das mal an, okay? Oh, es ist zu weit. Es ist zu weit? Es ist zu weit. Nooo! Good, good, good. Zeig mal her. Ich weiß halt, wie schlimm das ist, Liga. Wir sind gleich wieder da. So krass, dass sie 50.000 Euro gesammelt hat, ne? So heftig krass. Keine Show, Essen. Willi, du weißt selber, wie schlimm das ist, Bruder. Das ist irgendeine Haarverkacke, Digga. Das ist nicht mal Milch, Mann. Genau so hat es gerochen bei der Massage-Insekret. Genau so. Hi, YouTube, ich esse ein Hotchip. Wieder einmal. Nice. Geil. Check King Hands aus. Zögern nicht raus, ich hab Angst! Ich geb's doch zu, dass ich Angst hab. Ich hab doch, ich hab Angst. Ich hab Angst, ja. Ich hab Angst. Kann sein, dass da ein paar Mal ein bisschen Wasser draufgekippt ist aus Versehen bei dem Chip. Ich geb's doch zu sogar. Zwei, eins, go! Ich kann nicht. Noch mal, noch mal, noch mal, noch mal. Tschüss, tschüss, tschüss. Drei. Einer hat 1.000 Euro gespendet. Hey, 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 hey. Yes! Was? Einer hat 1.000 Euro gespendet. Arthur und Janis. Das ist krass, Digga. Ich hoffe, der Beitrag hilft weiter. Der Beitrag hilft sehr viel weiter. Der Beitrag hilft sehr viel weiter. Licht vielleicht. Vielleicht. Also, Rohr, das ist keiner, der verarscht oder faked oder so. So völlig kann ich's sagen. Wir haben oft genug Videos zusammen gemacht, Chat. Und wir hatten beide nicht ein einziges Mal irgendwie die Lust gehabt, da irgendwas zu faken oder so was. Vielleicht mal eine Szene nachspielen oder so, die gerade gut gekommen wäre oder so was. Aber ansonsten... Zwei, eins, go! Bismillah. Komm. Oh mein Gott. 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 Hast du schon geschluckt? Hast du geschluckt? Geht's aber noch? Ist scharf, ne? Aber geht noch, oder? Jetzt geht's. Jetzt kommt's. Warte. Mach, mach, mach. Größter Lüge, Waller. Oder bitte hör auf damit. Tu dir selber einen Gefallen und schwör nicht, wenn du keine Ahnung hast. Aber Bruder, das ist keine Challenge. Du musst den Chip essen und dann fünf Minuten warten. Und dann darfst du was trinken. Der lutscht jetzt schon direkt am Eis. Deine Tonne an. Ah. 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 Die Geräusche kennt dich nicht vorher. Das Ding ist... Als. Der ist echt richtig scharf, der Hotchip, ne? Ich wünsch, ich hätte einen hier jetzt, hätte ich den gegessen so schnell so. Als Snack. Breitenberg will den angeblich auch wieder essen. Alles gut, alles gut, alles gut Fresch ist weg, Fresch ist weg Halt deine Fresche, Hugo Halt deine Fresche Ich hab ihn mehr Halt deine Fresche Bra, du hast meinen Insta-Beitrag noch nicht geliked Bruder Vollidiot, wie konnte ich das vergessen? Warte Obwohl, ich weiß doch gar nicht, wer du bist Digga, das sieht so schlimm aus Hab ich wie Fresch, Mann Was passiert da? Die sagen, passt alle Der kriegt ne Beule, Alter, der kriegt ne Beule, ey Oha, da wächst was Hör dich auf Ich war, Bruder, hör dich auf Doch, doch, doch Warum verlernt man das? Essen Ich wöre auf meine Mutter, das hört nicht auf, Bruder 2K, nochmal Für 2K, wie würdest du jemanden eine schäbige Mutter anfassen und Hunde soll Du schreibst gerade, bist du stolz auf Robert? Er hat sich in letzter Zeit viel mit Religion und beschäftigt und dich als Vorbild genommen Wollah, auf einmal kommt so ein Spruch Wie hat er Die Uhr ist einfach explodiert, geht nicht mehr Die Uhr ist tot, die Uhr fuchsiert nicht mehr Ey, Bruder, hört mich auf Bruder, ich weiß doch Ach, er hat ne Uhr an zum Messen von seiner Herzdingster, oder was? Oder sehe ich das falsch? Ich kann gar nicht reden Ben & Jerry sponsort mich Ich schwöre, ich übertreibe nicht Herzen in den Chat für 51K-Tests Über den Tag Nur dafür hab ich das gemacht, den ganzen Film Heute allein sind 8K an Spendenrein Heute 8K Das ist aber geisteskrank Aber erst mal zwei Hotchips auf einmal Weil wir können definitiv wieder reden Das ist glaube ich das gleiche, als ob man ein ist oder nicht Das war schon übertrieben scharf Aber man konnte es noch aushalten Und als du dann ruckst, dann kamen diese immer Rachen, diese Schärfe Dann waren wir vorbei Ich will niemals in die Hölle rüber Das hier schon so scharf ist Das passiert da Digger Dass dieser Mahmoud hier Kevin aus Kreuzberg spielt, ist eigentlich auch respektlos Ich will mich wieder beleidigen Bruder, du hast mir einen Freund rausgekommen mit Eis im Mund Du hast in diese Mülltonne rein gejizzt, Alter Oh, stark Ich kann den Namen nicht lesen Mein Laden läuft auch Das eklige Wittmorgensendung Das wird übel Hi, Prane Oh, komm, Chat Ich kann ihn mehr Mein Eis ist alle Komm, Chat, ihn noch so boten Komm, 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 Chat Er hat einfach die ganze Packung Eis gelutscht und wieder runtergeschmissen Ich will mal sehen, wie er davor Rohat Hotchip Wie er den davor Weil er hat ja schon Ja Ich hab ein King-Hands-Paket Ich glaube, da war es ein bisschen schärfer für ihn Kann das sein? Guck jetzt Ich hab nur mit meiner Zunge gemacht und es tut geisteskrank, Chat Kann auch sein, dass da ein bisschen dunkler war da der Hotchip Ey, Rohat Guck mal, hier sieht er aus wie der Tod, dieser Chip Einfach schwarz Hör mir zu Ja Hör mir zu, Rohat Vergiss nicht eins, mein Bruder Bevor du Bruder, du musst Digga, ich hab überall Wunden im Mund Das ignoriere ich jetzt einfach Ich glaube, hier rastet sogar noch mehr aus Warum die Scheiße hier ausverkauft ist Warum tun die Leute sich das an? Ich bin fast geschoben Entschuldigung, können Sie bitte nicht so schreien, danke Hör zu, Chat Er hat meinen Finger dran gehalten Gerade gesagt, bei 5000 Schuss, oh ist er das Ich glaub, der Schnack Bei 5000 sagt er bei 6000 Nein, Digga, das ist mir scheißegal Mann, ich schwöre, es ist mir scheißegal Rohat, er hat bei 1000 Schuss Oh, guck mal Tänkst du Warte, warte, warte Jetzt ist er denn, glaube ich Warte, muss ich runter schocken? Nein, so wie bei den Jerry's Eis Essen und runter rausspucken Und ich geb dir einen Tipp, Rohat Einmal kauen und direkt runterschlucken Ja Okay Oh, du bist tot Du bist am Arsch Er hat's getan Du Loser, ich hab den Chip gar nicht bekommen Komm mal hier, chillt er noch? Weil der Chip kommt noch nicht so schnell Als ob ich das esse Günas Komm mal zurück Komm mal zurück Hallo, hallo Zeig dein Gesicht Rohat Ich muss kotzen Na Er hat's vor gesagt Fibi hat wie ein Baby geheult und gekotzt Bruder, warum zeigst du sein Sperrmüllzimmer da hinten? Hallo, wir wollen dein Gesicht sehen, Rohat Ey, komm mal Also Rohat Ich wusste nicht, dass ich irgendwie 50% von seinem Video Lückenfüller war einfach Zeig dich mal, Rohat Guck mal, guck mal sein Gesicht Guck mal sein Gesicht Bruder, was hast du gemacht? Sahenpasta geschluckt? Abo, esst den auch mal Meinst du den hier? Möchten Sie was dazu sagen? Er duscht einfach immer in Milch und so Will das immer noch mal Milch? Ähm, könnten Sie vielleicht sagen, was schlimmer ist? Das, was wir bei Gamescom gegessen haben? Oder das jetzt? Das Das ist schlimmer als Gamescom? Ich fühl das so mit Zunge raushalten Man hat das Gefühl, die wird dann kälter Aber ist nicht so Das bringt absolut nichts Das ist einfach richtig scharf Ich habe noch eine Message dazu geschrieben Guck mal, wozu seine Augen Wir haben geschrieben für Besuch Und ich denke, die ganze Zeit, der ist für mich Ich wollte ihn gerade aufmachen Das wäre Alp gewesen, Bruder Kannst du nicht so ins Mikrofon atmen, Rohat, bitte? Aber er hat ähnliche Reaktionen, Chad Boah, denen ist alles scheißegal gerade Was, okay, was sagt ihr? Ihr habt jetzt den Chip hier gesehen Okay Wir haben jetzt hier Analyse Scheiße, wie können wir das am besten machen? Aha, Kinomodus Okay Okay, könnt ihr die sehen Wir haben hier den Bray Und hier den Bray Oh, Kinomodus Starke Kinomodus Da, hier Und hier Gut Eins, wer sagt Ist beides derselbe Chip Zwei, wer sagt Ist nicht derselbe Chip Sehr viele Zweier Also Wenn ich Rohat nicht kennen würde Dann hätte ich mir gedacht Zu 80% Dass das nicht derselbe ist Oder war ein bisschen was abgewischt So Bisschen so Bisschen so Oder ein bisschen Wasser Bisschen gewaschen oder so Aber weil ich Rohat kenne Und ich weiß Er ist kein Faker Und kein So Dings da Sage ich Das ist derselbe Chip Guck mal Wir können ja ab dem Zeitpunkt Einmal beide selbe Reaktionen Der Antrag hilft sehr viel weiter Drei Zwei Okay Beide gleichzeitig Du Loser Ich hab den Chip gar nicht bekommen Könos Kommen zurück Kommen zurück Hallo, hallo Zeig dein Gesicht Jetzt komm Er hat's vor gesagt Bibi hat wie ein Baby geheult Und gekotzt Bruder, warum zeigst du sein Sperrmüllzimmer da hinten Hallo, wir wollen dein Gesicht sehen Rohat Ey du Also Rohat, du bist so ein Langweiler Kockst doch wenigstens vor dem Stream ab Rohat Hallo Rohat Rohat Verdammte Scheiße Wo ist der kleine Du weißt, ich kenne dich nie, Rohat Da geht's Da ist er wieder Wow, clean man Motherfucker, Alter Hier hast du ja voll Der hat ihn gegessen, Chat Der hat ihn gegessen Du hast ein bisschen was an deiner Bruder, was hast du gemacht? Zahnpasta geschluckt? Abo, esst du auch mal Also Der hat ihn geschluckt, Chat Der hat ihn geschluckt GG's Aber auf jeden Fall echt Dicke, dicke, dicke Profs Immer noch Rohat Hat über 50.000 gesammelt Für gemeinnützige Zwecke Allahumma barik Masha Allah Das ist eine sehr, 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 sehr krasse Sache Eine sehr, 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 sehr krasse Sache Bis zum nächsten Mal